So, hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Danny Cam und dieses Video soll so eine kleine Vorstellungsrunde sein vom Kanal und dem Format, das ich fahre. Dazu habe ich mir zur Verstärkung noch den Bandic dazu geholt, der sich nämlich auch einen eigenen Kanal erstellt hat und deshalb werde ich mir das Ganze so gestalten, dass ich ihn vorstelle und er mich. So, fangen wir an mit der Vorstellungsrunde. Wie gesagt, das ist Danny Cam oder auch Daniel. Er wird ein kleines bisschen Let's Plays machen. Wuh, geil. Gott weiß, ich will ein Engel sein. Okay, dann probieren wir das Ganze nochmal aus. Oh, oh, das war definitiv der falsche Knopf. Oh, shit. Oh, shit. Ah, Mist daneben. Und er wird auch eure Herzen ein kleines bisschen mit Comedy füllen. Ich sehe auch verdammter noch aus. Okay. Na, du. Was ist denn da noch aus? Fettes Brot. Gut, dann bin ich jetzt dran. Also, das hier ist wie schon erwähnt der Grace Bene oder auch liebevoll Benedikt genannt. Sein Kanal wird hauptsächlich aus Street Comedy bestehen. Er wird allerdings auch Pranks mit dazufügen. Und auch ein klein wenig Parcours. Ja. So, das war es eigentlich schon von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns ja abonnieren und freut euch auf die ersten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Wuh. Wuh. Wuh.